Hey und jetzt kommen wir zur vierten Folge von GTFO Hey Jungs, wir haben einen Speedrun Jetzt machen wir einen Speedrun Dass man wieder mit 10hb vor der Tür steht Jetzt machen wir mal die ersten Sleepless und mal silent Da sitzen die ersten Sleepless Da sitzen die ersten Sleepless Bauch bin ich serviert Passt, ich hab's dir alle aufgepackt da bei mir Zu neuer hin Ey Digga, mach Insta-Sum Der ist wieder leer Der ist wieder leer Der ist wieder leer Wie kann man die aufstellen? Wie kann man die aufstellen? Jungs, da ist kein Rambazamba bei mir Der Speedrun ist super Arrambambambambam Oh mein Gott Der Speedrun ist super Der Speedrun ist super Du darfst, du darfst, du darfst, du darfst Die Speedrun, du darfst, du darfst Drei Bline, die Bieger machen Damage Du darfst, du darfst, du darfst Die Speedrun ist super Du darfst, du darfst, du darfst, du darfst Not f***ed Ich kann den D-Waft schliessen. Alex, ja. Weil eben 3 ist, geht. Die Anzeige ist so klein, dass es nicht erst. Ich bin ernst, haben wir ja gesehen? In diesem Moment ein Sneaker, gell? Okay, warte. Du rast. Hallo? Oh, ich stehe, ich stehe und zwar. Jetzt ist Gas. Oh mein Gott, hab ich gewischt. All in. All in. All in. All in, all in. All in, du rennerst. All in. All in. All in, all in. Der Wischkant. Also die guten. Oh, das wird sichtvoll zu probieren. Die Kland am Boden, oder? Ey, das ist dumm. Das hat überhaupt nicht gut funktioniert. Wenn er das jetzt gewundert. Hä? Ich hab doch gekriegt. Du hast Traumstichs geschossen. Ich hab versucht was. Ich muss auch was testen. Sorry. Danke, ich schießt die Absichtliche. Hä? Was testen? Du musst erst auf die Muni angehen. Ja, ja. Nein, nein. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Der Kufi. Der Kufi. Kufi, Kufi. Jason. Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist echt ver-Heide-J increase in Sturna! Ein Artikel, wo es die E-Chall stört. Das können wir immer mitnehmen. Das ist recht. Das wäre eine Amorbox. Ja, das wäre gut. Das wäre eine Munitionsbox. Ich habe die Zelle. Ja, die Zelle. Süd ist ein Dirt. Können wir die Tür aufmachen? Davor ist schlecht. Das kann ich nicht tun. Wir sind die Zelle. Ganz gut. 20 Minuten testen. Ja. Die Klopfen nochmal auf, oder? Ja. Wir sind mehr dafür auf. Ja, stimmt. Du, was warst du unten? Jetzt kommt der Widerstand. Dieses Mal ein paar mehr Tarots aufstellen, das letztes Mal. Wann meistens von da drüben, oder? Was soll ich auch in die andere Richtung stellen? Der ist stabil. Der ist stabil. Kann man da drüben eigentlich sein, es kommt unten drüben. Ich habe da eine Mine aufgeschaut, ich hoffe, dass ihr uns nicht gedamagt. Eben 20 von B. Jungs, was müssen wir machen? Jetzt die weißen Striche nachgelden. Das ist alles weiß. Das ist viermal weiß. Jetzt so gut die Mine. Oh, die rechte, passt drüben. Kommst wir her, nehmen wir. Das ist fertig oder was? Und jetzt? Ich nix. Ich nix. Ich nix. Die bleibt bei den Dörks. Die bleibt vorbei. Die kannst du aufmachen. Die ist aufmachen. Ich nix. Ich nix. Ich habe beide Dörks miteinander vergessen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ohne die Dörks hätten wir es safe nicht geschafft. Das stimmt. Es geht noch weiter. Gibt es noch was zum Essen? Was sind Chuppies? Oh mein Gott. 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 Ich habe mich in die Tür wieder gemacht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Help! Help! Relax mate, es ist alles gut Ja, ich hab dich Ja, ich bin Ja, ich bin Das ist die erste Mission Das ist die erste Mission Ja Töp, mit der Schlag Töp, mit der Schlag Ich bin nicht Ich bin nicht Ich bin nicht Sack Oh Oh Ehrlich gehts aber nicht Das ist zu schwer für mich Das ist die Sache, oder? Ja Das ist die Sache, oder? Das ist die Sache, oder? Das ist die Funke Ich versuche es Das ist die Funke Okay. Die Versprung. Ich darf nichts erreißen. Hey, ist es bei euch hart, dass die Shotgun so nach 3 Schüssen leer ist? Ah, die hat eigentlich ziemlich gut. Okay. Danke fürs Zuschauen. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt das in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Servus! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.